Welche Bedeutung haben Innovationen für die Fitness- und Gesundheitsbranche? Wie können Tunnel und Flow dabei helfen, auf den Punkt sportliche Höchstleistungen zu bringen? Willkommen bei Fitness Management International. Wir stellen euch die Highlights unserer neuen Ausgabe vor. Stillstand ist Rückschritt. Das gilt vor allem für den Zukunftsmarkt, Prävention, Fitness und Gesundheit. Die Anforderungen der Mitglieder ändern sich. Trainingsangebote, Trainingsgeräte und Digitalisierung. Wie bleiben Studiobetreiber auf der Höhe der Zeit? Wie und wo bereichern Innovationen unsere Branche? Antworten geben Nerio Alessandri, Philipp Mills und Mimi Kraus in der aktuellen FMI. Der Aufschließkongress steht für Innovationen und Trends. Am 6. und 7. Oktober 2023 trifft sich die Fitness- und Gesundheitsbranche wieder in Mannheim. Das Motto lautet Real Results – Echte Ergebnisse. Die Veranstalter DHFPG und BSA Akademie haben ein top aktuelles Programm zusammengestellt. Es bildet alle Bereiche der Branche ab, liefert Know-how aus der Praxis für die Praxis und bietet viel Raum zum Netzwerken und Austauschen. Ein besonderes Highlight des Aufstiegskongresses ist traditionell der Keynote-Vortrag. Passend zum Kongress-Motto Real Results – Echte Ergebnisse übernimmt Fabian Hambüchen diesen Part. Der deutsche Rekordturner, Weltmeister und Olympiasieger spricht im Interview über mentale Stärke und Motivation. Den Umgang mit Misserfolgen und die Fähigkeit zum richtigen Zeitpunkt topfit und fokussiert zu sein. Ihr habt die FMI noch nicht? Bleibt mit uns, up to date. Abonniert unsere Social Media Kanäle und wir informieren euch tagesaktuell über die Fitness- und Gesundheitsbranche.